herzlich willkommen meine lieben freunde die verrückte apokalypsen wg ist wieder unterwegs und heute sind wir richtig viele heute ist der waldgeist dabei der wildgeist der brutzler eigentlich wollte noch zordern und sie sind vielleicht in der nächsten folge dabei zordern und zeron wir haben es versprochen gestern hat er viel nur noch mit ihm geredet wahrscheinlich kommt er in der nächsten folge dann richtig guckt euch doch mal noch mal an die delphine wird geistlich in heim jeden tag und damit die herren sich jetzt nicht weiter beschweren sich jetzt eine hose an das ist nicht das echte leben sondern das ist eine simulation eine zombie apokalypse simulation natürlich seven days to die genau verhalten im ersten fall wir spielen ein super super geiles spiel kostet das kostet 15 euro oder so war sein geld wert genau genau habe ich vor mittlerweile keine ahnung anderthalb jahren gekauft die spielzeit immer weiter immer weiter immer weiter immer weiter wird immer wieder aktualisiert verbessert genau bei dem spiel merkt man das auch dass das vorwärts geht muss durchaus sein dass man dann irgendwann sagt du spiel seit zehn jahren seven days to die ja mal gucken unsere wg sollte das dann noch bestehen ich muss sagen es gibt noch ein spiel und zwar rust da wird auch sehr sehr viel daran gearbeitet ja das stimmt bei der sie ja da bin ich immer so ein bisschen skeptisch was da passiert ist es leben dem haben hast du noch platz des Calls 9art nicht nur oder niemand kann jetzt supervised erfolgreich in kauft und schaut's damit myself birl corpo risking der wenn sie auf jeden fall bevor er mitzeiten ja bis 17 welt aus dem boden monatlich kommen wie ein neues raus Lieber was alte Wertes wie Seven Days to Die erstmal kaufen um in die Survival-Zombie-Szene mal so einzusteigen und dann später rumexperimentieren Da weiß man, was man hat Guten Abend Die Einstiegsdroge Alles mal checken Nein, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir hier Seven Days to Die so loben Nein, nein, nein Das ist einfach der Spaß Wäre aber schön Wäre schön Wir würden gerne auch was nehmen Also falls die Entwickler uns zuschauen Die Entwickler Weißt du, die sind immer in der Mittagspause Oh, jetzt kommt wieder die von der Apokalypse-WG Dann immer wenn sie Pause haben beim Essen, weißt du, gucken sie immer unsere Folgen Naja Irgendwie müssen sie herausfinden, welche Bugs noch da sind Ja, oder so, dass sie so rein da Warum zufällig bei irgendwelchen, wie das reinschaut, wenn ich mir schon vorstelle Vielleicht schätze ich dann eher bei den Englischen, oder? Stimmt, die verstehe uns nicht Es gibt ja kein deutschsprachigen Support Was machen wir denn heute eigentlich? Wir randalieren Ich bin jetzt 4 Minuten 30 im Kreis gelaufen Und hab mir die Lärmung vom Ufo-Mann angehört Wir nehmen hier dieses Haltchen in der Hauskarte Ich würde das Spiel jetzt kaufen, wenn ich nicht im Spiel wäre Wir zerlegen die Äußerecke heute Ich bin übrigens immer noch dafür, dass wir umziehen Solchsprache gewählt Weil das hier hässlich ist Ich will ein schönes Waldhäuschen haben Dann bin ich zufrieden Aber Wald ist, ja Wald ist, macht's gut Wir reißen das hier auseinander Oder wir lassen das so als Zwischenbasis Warum so? Man kann ja mehrere Oder wir pflanzen uns in unserem eigenen Wald an Dass man im Prinzip, wenn man mal eine Reise macht Dass man sagt, ey Leute, weißt du noch? Wissst du, wenn die Horde hinter dir her ist Und dann, ey, da hinten ist doch unser Haus von damals Und dann kommt man hin und, ups Genau Damals vor 200 Folgen Ja, ich mein, das wird ja auch ein bisschen langweilig Dann curven wir jetzt irgendwie Immer nur hier um dieses Haus rumrennen Wo eigentlich gar nichts mehr ist Und Eier sammeln und so Na gut, wir haben wieviel folgen aber bis jetzt Ähm, das wird die Siegel Richtig, so langweilig kannst du noch gar nicht sein Wir müssen ja erstmal den Forge Das stimmt schon, da hat Shadow schon recht Also wahrscheinlich müssen wir erstmal ein bisschen Metallurgie machen Bevor wir weiterziehen Richtig Ja, Ausrüstung machen und dann ziehen wir von dannen Und dann suchen wir uns eine Schneebion Wenn du ein Eis magst, können wir das nächste Mal an der Tanke halten Ne Ich will Schnee und kein Eis Ja, es sieht eine Ruine Also sind wir nicht mehr ganz so weit, ey Da hinten ist unser Haus Wie seid ihr denn? Wir kommen von jenseits, das sehe ich Über den Fluss Und am See Ah, wir haben die Bogen schon gespannt Ich sehe Shadow Neu Also wenn sich was bewegt, sofort schießen Okay Okay Hilfe 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 Wer Wind sieht, wird Sturm ernten Oh Ist Ihnen gut? Ich geh lieber wieder Ja Also in irgendeinem Strick schon ein Pfeil Er war ein Wildgeist, ja Da schwebt ein Pfeil in der Wildgeist, ja So, an Ich hab keinen Schaden bekommen Wo ist denn hier? Oder hast du selber gerade einen Bogen gespannt? Ich kann Oh, Ufo Ach ne, ich dachte du wärst eine Frau Ich bin wieder zu weit in die Nein, ich bin keine Frau Ich hätte die Zone gewagt Nur steilische Haare So Hallo, ich bring euch eine Biene mit Merkt das schon? Hm, ich bin eine Biene Ja So, hier Delfino Jupp Das war jetzt knapp Was haben wir schon jetzt? Eine Biene Jetzt ist es keine Biene mehr Ah Ein Küchlein Jo, das allseits umworbene Forge Book Das heilige Buch Oh ja, die heilige Kuh Ich hab ja mit meinem 7 Days to Day Let's Play mehr oder weniger aufgehört Wobei ich irgendwie keine Zukunft gesehen habe ohne Forge Weil ich gar keinen Plan hatte Wie viele tausend Folgen soll ich denn jetzt nach einem Forge Buch klicken? Na also eigentlich war es ja so, dass sie gesagt haben, das ist relativ häufig Aber hast du gesehen, wir waren jetzt 6, ne 7 Folgen lang unterwegs, um es zu finden Ja Wo hast du denn das gefunden? Kannst du dich noch erinnern? In der Stadt In der Stadt In irgendeinem Haus Genau, in einem Bücherregal Ja Aber man bekommt es angeblich auch von Zombies Angeblich 42 45 Hatt, hatt, hatt Ja Leute Ja Leute Mhm Viele Minuten Spaß haben wir jetzt schon Ja Ja Genug Minuten Was? So, warte Jetzt haben wir jetzt schon Zombies einladen Ein bisschen Party machen Party Party, Disco 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 hat Hat noch jemand Steine? Ja Gib mal die Tabelle Hauber Geht hier jetzt mal aufs Dach, meine lieben Zuschauer Aber ihr seht ja Es war ja ähm Acht Also vier Folgen lang war ich nicht dabei, weil ich zwar getrödelt habe Ihr seht jetzt hier wie sich das weiterentwickelt hat Und kann mittlerweile auch aufs Dach gehen Richtig, wir haben ein Dach, das ist wichtig Ja Die gesamte Horde Nach Hufos Anweisung Genau Ein Dach Haben wir den super gemacht Hier der 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 Na wie nennt man die? Der 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 Dings Ach den Dings Der Heils Der Dings Der Dings Der heilige Dings Shadow Ja Großmeister Dings Hier hast du deine Steine Juhu Steine Shadow was für eine sexy rote Gians du anmachst Ohh, möchte jemand deinen Tanktop Jaaaaa Guck mal denn hier hoch, ich will gar nicht Da ist ne Leiter mein Gip, Gip Stimmt Das war übrigens nicht meine Idee da so nen Seitending zu bauen, wo man hochkommt Das war glaubeaaal Shadows Deine? Ja das war meine Wann hast du keine Idee? Ohohohohohohohohohohohohoh Ich hab nur eine Idee Jaaa Sorry war nicht so gemeint Ähm, hat jemand eine Schaufel? Haha Nein Es gehen Steinschaufeln auch. Dann bau dir eine. Das ist noch Steiner. Ich hab nämlich keine mehr. Pass mal auf, ich stell... Hier in die Ecke stell ich mal einen Forge her. Oh, yeah. Dann geh ich jetzt mal den Performance sammeln. Oh, ich war ganz schön. Ach so, aber die Schaufel. Jupp. Du hast einfach zu viel Essen in dieser Kiste. Das ist gut. Eigentlich fehlt hier noch so ein Riesenzombie. Wäre geil. Riesenzombie. Du stehst aber per Zufall irgendwie so... Eine Sonnenbrille. Zehn Meter hoch. Das ist angeleuchtet. Das sieht so ein bisschen cool aus. Also richtig eklig und der taucht halt per Zufall. Der... Da gibt's auf der Map so zehn Stück von. Und die streifen nochmal so rum. Durch Zufall begegnet man dem. Der darf aber nicht so schnell sein, dass er dich einholt, wenn du wegrennst. So was hast du. Richtig. Langsam, aber große Füße. Einmal wenn er drauf tritt. Äh, ja. Richtig. Und der Sabber. Überall von dem muss Sabber runterlaufen. Genau. Und aus... Der muss so Blasen haben, die immer wenn sie platzen, Sabber rausspritzen. Du musst das aber auch so sehen, Ufo. Wenn du ein Lebewiesen hast, das riesengroß ist mit riesen Füßen, dann macht der mit einem Schritt vielleicht auch acht oder neun Meter. Wofür du ganz viele kleine Schritte brauchst. Ja, aber er ist trotzdem langsam. Wirst du eine Mold bauen? Kann man doch so programmieren, dass er trotzdem langsam ist. Richtig. Ja, natürlich. Und er wirft da mit der anderen Zombies durch die Bogen. Warte, ich muss erst was zu essen. Oh. Ich bin eine Biene. Die Biene ist tot. Wer steht denn da auf dem Dach und hätt Wache? Ufo, Mann. Sie sieht voll episch aus. Ich hab hier gerade hier besucht. Warte, Darkseid will auch mit. Okay. Gehen wir mal schnell da ins Wasser. Wohin geht's hier? Wir gehen nur schnell zum Fluss Lehm holen. Ah, ja. Ja, ja. Ja, ja. Auslohn. Alle mit. Wir gehen nur mal schnell was holen, hieß es. Und daraus wurde das absolute Gemetzel. Wir müssen das Haus bewachen. Rutzi schießt du schon wieder auf mich. Das wurden Jahre. Nee, nee. Auf dem Ufo. Ach so. So, ich fang hier mal an. Das sieht auch neben aus, ja. Na, ich mach mal Platz. Was ist denn das hier so nebelig? Zombie! Wo ist Zombie? Am Fluss? Ja. Gut. Ich hab ja meine Leibgarde dabei. Es ist sehr geil. Der Zombie ist weg. Oh nein. Und hinten kommen auch noch Zombies. Zombies! Ja. Schwarzpulver? Die machen uns wieder Krach und klopfen wieder alle an. Hat der Fino etwa Angst? Das kann ich nicht glauben. Ich wünsch mir meine Armbrust zurück. Ich brauche mir erst Leder. Zombieschart. Alles machen sie schwerer, ey. Wirklich. Haben keine Ahnung von Praktik. Auf allen Dingen haben sie überhaupt keine Ahnung von Zombie-Apokalypse. Das muss alles mega einfach sein. Sonst hast du keine Zombie-Apokalypse. Richtig. Jeder kann das überleben. Ich glaub das Schießen ins Wasser hat keinen Sinn, oder? Nein. Die Apokalypse hat das Gefühl. Bis dahin müssen wir gewappnet sein, meine Freunde. Richtig. Also nicht unbedingt ich jetzt schon. Unser Quarterback macht die grad kaputt. Ah ja, da ist einer wirklich im Wasser. Quarterback. Sag mal, warte. Gab's hier eigentlich auch solche Notschlösser für die Schulen? Nee, da. Das ist ja nicht notwendig. Ähm. Man kann das nicht machen, aber die brauchen wir ja nicht. Ist dann auch kein Wasser? Äh. Hinterm. Ja, hinterm Shadow. Ah ja. Da kommt eine Biene! Wo, wo? Wo ist die scheiß Biene? Wo war's Biene? Die ist grad wieder weg. Alles gut. Chillt mal. Chillt mal eure Biene. Das mit dem Wasser bringt echt nix. Du darfst nicht die bunten Pillen essen, ne? Nur die weißen. Ich bin eine Biene. Genau. Ich kann die Smarties essen. Die bunten oder die grünen? Die bunten oder die grünen? Was? Hä? Die bunten? Die bunten? So, ich habe genügend Themen, Freunde. Wir können wieder von Dunn reiten. Na, Dunn. Reiten. Wo sind die Pferde? Keine? Das ist ja geil. Ich bin Arzt. Was? Genau. Von den Nebel her. Genau, wir wollen so keine Pony sein. Oh, Serun spielt mich durch. Ich bin Arzt. Damit krieg ich Jungs, ey. In der Apokalypse. Ja, gut. Serun spielt Seven Days to Life. Ohne uns. Einen Trick versuchen zu überleben. Vielleicht taucht er jetzt gleich hier irgendwo auf. Ich war früher Arzt vor der Reihe. Ich hatte... Es hatte mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt über Steam. Aber ich sehe es nicht. Ja, das wollte ich Ihnen helfen. Ich bin Rechtsanwält. Also, ich habe die Nachricht über Steam und du siehst das nicht, Marc. Ah, ich müsste raustappen. Das ist aber nicht toll für die Aufnahme. Mach auch mal die Glöckchen auf! Ich glaube, die Nachricht über Steam ist einfach... Shift und Tab, dann siehst das. Ja, aber dann ist die Frage, ob die Aufnahme nicht abbricht. Richtig, darum geht's ja. Was habt ihr denn hier für Aufnahmeprogramme, ey? Gekaufte, qualitativ hochwertige. Richtig. Ja, eine Shadowplay-Regel. Profi-Aufnahme-Software. Wir wollen den Namen nicht nennen. Die Schleichwerbung machen. Kann man eigentlich. Also, ich nutze Action und bin sehr zufrieden damit. Ja, genau. Ich nutze Shadowplay. Ich nutze auch Action und bin auch sehr zufrieden. Aber festgestellt, zum Streamen ist Action nicht so gut. Was nimmst du zum Team? Gestern nochmal mit OBS probierte. Was bedeutet denn besser? Oh, nö. Oh, nö. Ich geh. Ich bin weg. Da kommen schon wieder so viele. Oder ich hab nur Schatten gesehen. Aber ich geh lieber. Was? Was? Hast du Shadowplay schon mal ausprobiert? Wie wir irgendwann mal besprochen hatten? Nein, hab ich nicht. Oh, Mann. Oh, ey. Wie liegen wir denn zeitlich, meine Freunde? Äh, es sind ne Sachen, wenn man... Äh, 15. 16 Minuten. Never touch, aber nicht System. Genau. Never touch, aber nicht System. Never touch. Also, es dauert noch zu lang, bis wir Ceron beschäftigen können. Ja, ruhig Blut. Wer läuft denn nicht weg? Ist hier Apokalus? Also, er ist... Ich seh's auf meinem zweiten Monitor. Er ist auch oben im Eingangsbereich gerade gejonnt. Ah, ja. Oh, mein Lieben Zuschauer, wir können ja auch ne ganz kurze Folge machen. Und umso eher habt ihr an den Ceron wieder. Auch das? Das könnten wir tun. Wir haben eine Möglichkeit. Wir wollen den Opa! Wir wollen den Opa! 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 Darauf! Ein Wasser! Genau! Wir wollen den Opa! Wir wollen den Opa! Wir wollen den Opa! Dann gibts mal jemanden, der noch weniger Ahnung hat, tatsächlich. Aber es bringt doch mehr Quote, wenn der Opa dabei ist. Uwe, mach mal den Epilog. Genau. Komm mal rein. Epilog, okay. Ähm, meine lieben, 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 lieben Freunde bei YouTube. Wir müssen jetzt... Wir beenden jetzt die Folge, weil... Ähm... Ja, warum eigentlich? BHC? Nee, wie heißt das Ding? BHC? In ICQ? Nein, wie heißt das denn? Seht nochmal. TeamSpeak! In TeamSpeak, genau. In TeamSpeak ist jetzt wahrscheinlich, oder ist der Ceron, der will ja jetzt mitspielen und dann können wir die nächste Folge aufnehmen, die ihr in zwei Tagen sehen werdet. Und dann ist der sagenumwobene Herrscher des 3M-Landes Opa Ceron mit am Start. Diktator wolltest du sagen. Entschuldigung. Das ist ein Pfeil... ...ein Millimeter vor meiner Nase. Ich träff den Hürden von mir. Du riechst auch die ganze Zeit wie so ein Beklopter... Du riechst auch die ganze Zeit wie so ein Beklopter wie so ein Hektischer auf Speed... ...Kokain und Energy. Ja, da weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Irgendwer hat so Scheibenklart einkommen, oder? Wir wollten auch gar nicht... Tschüßen sagen und sagen wir schon mal. Tschüß! 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 Tschüß!